Wir wurden vom CEO eines internationalen Unternehmens kontaktiert. Der Security-Mitarbeiter Paul K. hat einen Einbruch im Serverraum gemeldet. Der Täter konnte fliehen, hat aber einen Teil seiner Ausrüstung zurücklassen müssen. Unter anderem ein verschlossenes Case mit einem laufenden Daten-Upload. Da wir keine mobile Einsatzdruck rechtzeitig zum Tatort schicken können, wurde die CRI um Hilfe gebeten. Wir haben kurzerhand Sie als Taskforce der Corporate Remote Investigators zusammengestellt. Wir stehen in Kontakt mit dem Security-Mitarbeiter vor Ort, der das gefundene Equipment auf seinem Schreibtisch sichergestellt hat und auf Ihre Anweisungen wartet. Ihre Aufgabe ist es, Paul K. bei der Öffnung des Koffers zu helfen und den Daten-Upload zu stoppen. Sammeln Sie möglichst viele Hinweise auf den Auftraggeber oder einen möglichen Maulwurf im Unternehmen, der dem eindringlichen Zutritt zur Firma verschafft haben könnte. Nutzen Sie dazu jegliche Online-Ressourcen und folgen Sie den Spuren, um den Schaden zu minimieren und die Verantwortlichen zu identifizieren. Wenn nötig, verteilen Sie die Aufgaben und kommunizieren Sie die Ergebnisse im Team, denn die Zeit ist knapp. Viel Erfolg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017